Guten Morgen Aljupa! Ich werde noch einigen Kompi zeigen. Ich habe die Technik der Chemuren. Die Arme kann man ein bisschen abschneiden. Bissar mit dem Loss. Dann kann man den Loss. Dann kann man den Loss. 20 bis 30. Fertig ist auch eine wichtige Position. Loss mit dem Bein. Loss mit dem Fuß. Dann habe ich los. Dann kommen eine Lasse. Dann können Sie hier auch nicht kommen. In der Hübet. Nun muss ich die Hübet, und das kann ich blockieren. Dann kann ich hier flytten. Dann passer ich meine Arme. Mein Arme blockiert nicht. Dann werden die Hande. Dann kommt ich auf der Ferne. Dann verschlägt man, ich kann nicht in der Ecke. Dann verschlägt man die Loss hier. jetzt kann ich den Kontakt er los da an der Lowe für Futter sind wirklich, sind die Türbohe sind die Türbohäste und sind die Türbohäste und das die Türbohäste versuche ich nachher Danke Dar ein Versuch der Niederkümmelung und Crossfighter. Wir sehen uns auf uns. Wir sehen uns.